Hey Leute, heute sind wir mal in Black Ops 4 Zombies mit dem Sali der coole Devote mit mir und Deathkill. Ja, wir zogen jetzt als Mob of the Dash in BO2, hier ist das Blood of the Dash. Und ja, dann mal sagen, macht mal bereit, dass wir starten. Ja, habt ihr gehört, ihr seid bereit machen. Ja, haben sie doch. Ich meine gerne an die Zuschauer. Alle so bereit drücken, so in YouTube. So eine Umfrage oben rechts, seid ihr bereit? Fake Racer, ich schick dir den Link für doch. Wie? Wie? Take Racer. Take. Okay. Okay. Wir haben auch geplant, jetzt in dieser Runde zu punchen. Nicht nur zu punchen, die Zombies auch auseinanderzunehmen. Ne, das nicht, die mag die Zombies, die typisch nicht. 545. Boah, da macht nur Black Ops 2 Videos auf einmal, kommt ja mit Black Ops 4. Ey, ey, ey. Lacer, Lacer hier. Ey, warte. Scheiße. Scheiße, ich hab das nicht mit. Kann man hier nicht irgendwie auch Geld geben? Ne, geht nicht. Doch, mit so einem Dings. Ich hab hier noch nie was anderes gemacht, außer die 20 Runden für Shroomios. Komm her, komm her. Ey. Sali. Sali. Nicht so schau und nötig. Pisser. Mach mal auf die Tür. Hier vorne. Perfekt, jetzt erstmal dort den Strom aktivieren. Also der, wo Geld hat, der Grüne, das ist der... Der aufgekauft hat. Der aufgekauft hat, richtig. Mystery Box ist nicht hier, okay. Okay. Dann, ich hol mal einfach da die Waffe für die MX9. Also wisst ihr das hier gar nicht wegen den Geistern und so weiter, oder? Ne, ich kenne hier nichts. Oh, das wird lustig. Du hast ja auf leicht gestellt. Was hab ich gestellt? Auf leicht gestellt. Auf leicht. Das funktioniert im privaten Spiel nicht. Achso. Nicht? Nein. Hä, also. Ich bin aber auch Standin. Hä? Ach, oder? Kann man auf leicht... Hä, kommt bei leicht nicht der Wächter oder so? Doch, aber da hat man ein fünftiges Leben mehr. Ja und? Krach. Trotzdem kann man packen und so weiter. Oooo. Ja. Ich hab's sonst immer im privat so gemacht, mit ein paar Einstellungen. Deshalb machen wir mal hier mal eternus Ich hab schon einmal eingestellt, ja 5.000 Manni da bauen, alle Tür da bauen, fallen zurück, Ich brauche mal ein wenig Money, kommt mal her. Oh, danke. Die Blunderkarte ist richtig nice. Wer hat aufgemacht? Ich nicht. Keine Ahnung. Mit der Anfangs-Rappen wollt ihr das hier machen? Mein Magazin fühlt sich irgendwie leichter. Nee. Zali wollte voll im Wissens Modus, ja? Warum ist das? Keine Ahnung, ich hab gerade von den Auflagen aus, ich bin gegen den Pläden, aber jetzt kommt da bitte ich jemanden weg. Okay. Come on. So. Oh. So ist alles. Guten Tag. Guten Tag. So, okay. Wollen wir mal weitergehen? Jo. Warte, warte. Hatte man ein bisschen Klein-Deck für mich? Klein-Deck. Boah, das könnte sein, dass die Runde hier abschmiert. Warum? Weil ja gleich ein Update kommt. Davon weiß ich nicht. Echt, dieses Update mit diesen... Äh, wie heißt dieses? Mit diesen... Funke-System, da? Dieses... Ja, es kommt gleich das erste große Update und WDP-Wochenende. Oh. Das steht auf Twitter von Trajan, dass die heute ein Update. Also spätestens bis 19 Uhr soll das Update da sein. Geil. Voll. Halt. Sind die immer schon so schnell? Ich war hier noch nie. Die rennen ja alle. Pfff. Und bitte nimmt keine Teile auf, okay? Weil am Schluss braucht man die und dann... Wobei... Ja. Ist ja nicht so, dass man dann alle die haben, die Teile? Ich glaub schon. Ist... Das ist so. Ja, dann... Ich vergesse, was ich gesagt hab. Ich lauf einfach mal den Weg an mir. Okay, lass ähm auch Tomahawk holen, oder? Kommt her. So, Tomahawk. Habt ihr ja schon Tomahawk hier geholt? Ne, nein. Okay. Weil hier gibt's auch den Tomahawk, ne? Wo jeden tötet, so mit Aufnahme. Ihr habt ja froh... Ihr könnt ja glücklich sein, dass ich dabei bin, ey. Wo seid ihr? Hier. Ich hab ein bisschen krass verwirrend dabei. Ich sag, dass mal Zombies kommen. Ey, Junge, ich find's hier gar nicht zurecht. Was ist das denn für der Scheiße? Mach mir hoch. Einfach den Weg folgen. Wo ist der Tomahawk? Lass die Zombies kommen, lass die Zombies kommen, Devote. Oh, das sind Hunde. Wo ist denn hier ein Tomahawk? Ja, den machen wir jetzt. Da hast du kein Black Ops 2 Mob of the Dash gezockt. Wir müssen da... Wir müssen da die Hunde, ähm, aktivieren. Geh weg, du Fotze! Oh. Ach, Bruder. Ich hab keine Waffe. Oh mein Gott, ich werd sterben. Ja. Lass mich durch, ich bin Arzt. Lass mich durch, ich bin Arzt. Lass mich durch, ich bin Arzt. Lass mich durch. Ne Moin. Okay, 3200. Okay, jetzt kommt mal her, kommt mal zu mir. Kommt mal zu mir. Nö. Nicht hoch, nicht hoch, nicht hoch. Nein, 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 nein. So, guck, da ist jetzt der Hund. Äh, der, wo nicht da ist. Ach so. Ja, okay. Okay. Wir müssen den Typ, wir füttern. Oh, ein ganz kluger. Ich guck mir nur mal bisschen die Map an, ne? Mach das. Versuch zu sterben. Mach das. Versuch zu sterben. Ja. Bars. Nimm nicht. Nimm nicht. Nimm nicht. Nimm nicht. Nimm nicht. Wir müssen ihn erst füttern. Ja. Hier bei mir ist die KM. Junge. 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 Perfekt. Kaboow. Kaboow. So, äh, komm mit. Ich glaub wir müssen da erstmal Strom markieren, oder? Ja, müssen wir. Wobei, warte. Ja. Äh, Strom, Strom, Strom. Wo waren das jetzt nochmal? Ähm, Kevin? Ein, zwei, wo ist der andere? Oh, da ist er doch. Oh, da ist er doch. Wollen wir gleich das erste Teil, würde ich sagen. Komm, Sali. Ja, komm mit. Ja, komm mit. Ich hab den Strom angemacht. Oh, nee. Oh Gott, okay. Okay, okay, Leute. Ich hab ihn, ich mach ihn richtig. Bitte sag mich, der ist bei mir. Der ist bei mir. Ja. Schieß ihn ab, schieß ihn ab. Ich hab hier einen Riesen getötet. Der lebt noch. Der lebt noch. Geh mal nicht nach vorne, geh mal nicht nach vorne. Der lebt noch. Der ist der Strom. Ja, da ist der weg. Hat der den Schlüssel? Hat wer den Schlüssel? Ja, haben wir. Ja, hab ich. Ich hab auch einen. Auch? Was? Hä, wo ist hier das Schild? Normalerweise müsste hier das Schild sein. Okay, wir haben die Brücke. Anders gespawn, okay. Wahrscheinlich da unten. Komm mit. Ey, Nudu. komm mal mit du wolltest ja eine richtig vernünftige waffe hier ist doch der schild ich hab ihn aufgehoben hast du den schild okay okay dann machen wir da mal den strom an kommt mit oder habt ihr schon da unten habe ich den schaub an die mann alles okay kommt mit doch ok leute 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 gehen wir jetzt geht mal alle wieder hoch da wo man diesen hund gefüttert haben geht alle noch mal dort sind dabei ist der hund nicht noch da unten da führe ich mich gerade 3 auf der ganzen netz sehr viele es war auch schon eine woche her wo ich das zuletzt gespielt habe ich habe ein teil ein kleines teil ok komm mit komm mit dann hat mich gleich so schnell gehen aber ich will davon die tomahawk in tomahawk zuerst sehr gut aus des wächters aus des wächters ja okay ich weiß wo du bist okay dann muss hier ja da ist er wurde doch schon gemacht warte lassen lasst ihn doch lasst ihn doch da waren das hat man doch schon gemacht oder ja ja okay wo habt ihr den schild her sauberei gehackt kommt und es ist kein schild das ist besser mach mal auf so perfekt okay hier ist der letzte zombie danach und mal den tomahawk würde ich sagen okay perfekt schon wie es gemacht kommt mit wisst ihr wo der tomahawk ist okay ich war nur im first roof okay kommt her ihr müsst jetzt hier kosten 500 müsst ihr durch springen so und dann irgendwann kommt der tomahawk und dem müsst ihr dann einsammeln mit vier eck was müssen wir da war doch die tomahawk sicher dass alle songs gemacht alle kunden nämlich kein tomahawk wo kriegen wir das schild her das ist eine lange geschichte aber mal einer eigentlich braucht nur ein einziger der schild man braucht nur ein einziger braucht das schild das ist nur zum fanschen da zusammen ja und das gibt ja heute ist das wort ihr das dann aufgebaut bei einer baukiste so okay dann fanschen wir kommen mal her kommen alle zu mir kommen alle zu mir wo bist du ich hüpf ihr könnt doch wenn du schauen wo ich bin du bist über mir oder hüpf mal ja hier du bist denn du da hingekommen ich bin nicht da hin okay zwei sind da wir warten auf den dritten wir sind schon da ja hier hoch perfekt so okay so alle da okay kommt mal mit mir die das schild dann aufgebaut kommt mal mit mir kommt mit mir keine ahnung ich kenne niemand nicht irgendwo draußen man kann sich noch erinnern wo ihr es aufgebaut habt nein irgendwo draußen so dann wollen wir die parkmaschine schon bauen so das wäre es jetzt mit dem ersten teil von blood of the dash gewesen gibt noch oben wenn ihr noch mehr wollen und morgen kommt dann auch gleich der zweite teil also schön dabei bleiben und tschönen Leute